hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich spiel aber wieder freefire max und zwar das wettroyal und danach class squad viel spaß und wir starten fegefeuer 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 welche app war das gewesen welche app welche map wird schon langsam müde ach so eintrag ich mache jetzt gerade für den 12 januar das video und es ist gerade der 14 dezember muss noch alle bearbeiten in videos oh oh 100 videos bearbeiten und dann muss ich noch für meinen red dog vlog videos machen und die muss dann auch noch bearbeiten oh scheiße dreck ok leute los geht's auch genau hier vorne zack ja 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 schneller runter wenn ich dem vogel hätte das hört sich gut an dann würde ich schneller runterkommen ok ich habe einen adler nicht mit jetzt muss ich mal weit weg weit weit weg sonst bin ich wieder tot dann gehen wir da in der stadt rein ich hoffe da sind auch noch zwei und hier erst mal die häuser rein ja nimm doch die sache auf die farbe ist muss weg die mag ich nicht ich habe F. Okay. Und dann nehmen wir auch F. Vielleicht kriege ich ja nochmal hier was schönes hier in dem Haus. Okay, warte. F. Okay, warte. F. Immer wieder ändern. Ich brauche einen Rucksack. Wer will 3? Oh. F. Nice. Ah, ne. Die mag ich auch nicht so. Die auch. Okay, da komme ich nicht raus. Da komme ich nicht raus. Aber hier. Ich stehe nochmal hier reinlaufen. F. Okay, jetzt habe ich alles, womit ich kämpfen kann, denke ich. Ah, Feuerwehrhaus? Ne, auch nicht. Können da hinten hinlaufen. Über die Straße rüber und hinterm Baum verstecken. Bis die Gefahr vorbei ist. und hinterm Stein. und hinterm Stein. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Wand ist zu schnell. Ich muss den Pilz futtern. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. 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 Oh, 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 oh. Okay, ich lasse sie doch umkämpfen. Ich muss gleich schon wieder weiter. Okay, ich lasse sie doch. Okay, ich lasse sie doch. Okay, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Ich lasse sie doch nur noch einen besseren Helm, würde ich sagen. Okay, ich lasse sie doch. Ich lasse sie doch nicht. Okay. Scheint weiter weg zu sein. Ich lasse sie doch nicht. Sobald ich gerade laufend. Sobald ich gerade laufe, können die Sniper auf mich schießen. Okay. 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 Schnell. Okay. 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 Also, wie gibt es jetzt noch einigen BDS? BDS muss immer direktền so gut machen. Genau. aber Greek ist in der Verragung. Es heißt nicht alles. Okay. Nein. En König. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 dahinten ist er drinnen oh nice, das war der letzte, wo ist André hin? wo war der Sniper? hat der aufgegeben? egal, ich habe schon wieder gewonnen boah, yeah, was geht ab? gut, dann gleich die nächste runde CS, viel Spaß ok, ein bisschen spät gedrückt, aber wir sind gerade am Start ok, maus, simp, simp, dek, 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 dek eins, zwei, drei, keiner da doch, ich höre jemanden boah, gut, ein Schuss voll in den Headshot gemacht schon wieder internet laggy, bei den einen da, bei nofufufuf, wo wo, der Sound herkommt ich renne dahinten hoch, ich habe ja den neuen Weg gefunden, also, nicht ich, aber... dieoud honn gut, so viel gut, aber wer ist das? hier puedes das kann doch nicht sein schon wieder ein schuss tot kann doch nicht wahr sein ja okay ich war nicht versteckt ich habe aber er hatte kein sniper gewehr er hatte eine M wie ist die A4 M1 naja egal ja wie macht er so viel schaden das kann doch nicht wahr sein oh er ist tot hinter dir ah ne da ist der unix pado ich kiebe da drauf ich kiebe da drauf ich kiebe da drauf okay 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 hier es jetzt Double kill. Triple kill. Gegner gesichtet. Kleiner gesgesetzt. Pozo. Coz. 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 ja ja oh nice oh 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 1st blood Ich habe ja das Geld gemacht. Geh, 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 geh. Es ist der Glacke. Und jetzt ist der Glacke. alle fälle wieder okay was machst du denn hier leider nicht geschafft leider nicht geschafft na gut okay egal das war es für heute 8000 hier bei denen da der war ganz komisch der typ hier ganz ganz komisch einmal war der nur tot guck mal ich war nur viermal tot wie waren die anderen fünfmal tot die heißt doch tot oder einmal geschaut zweimal zweimal dreimal 555 mal 54 und 80 einmal gewonnen klar ich vergaßt okay gut das war es mit heute den tag ich sag mal dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wir dabei gesagt bis euch viel spaß und auf Wiedersehen tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020